Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Redmi Serie von Xiaomi ist so was von erfolgreich. Das Redmi Note 8 Pro ist immer noch mein Daily Driver und hier habe ich auch das Redmi Note 9 Pro. Wir vergleichen es heute in diesem Video, schauen was am neuen Pro besser ist oder ob es sogar die Empfehlung gibt, dass das 8 Pro doch die bessere Alternative darstellt. Ja, das klären wir heute alles und los geht's nach dem Intro. Hier könnt ihr schon mal erkennen, dass sich an der Verpackung selbst nicht viel geändert hat. Ihr habt hier das Redmi 8 Pro kennt ihr ja und hier Redmi Note 9 Pro. Also ich sage nur noch 8 Pro, 9 Pro, um das alles ein bisschen abzukürzen. Wie gesagt, es hat sich nicht viel verändert. Wir haben hier jeweils liegen die 6 GB RAM Version und 64 GB interner Speicher. Die Verpackung legen wir jetzt mal auf die Seite, dass wir Platz haben für die zwei Geräte und wir schauen uns auch direkt mal im Vergleich so an. Hier das 8 Pro, hier das 9 Pro. Bei dem 8 Pro ganz markant die Kameras untereinander, darunter der Fingerabdrucksensor und hier ein größerer, in der Breite größerer Kamerahubbel, vier Kameras in einem Quadrat und unten drunter der LED-Blitz. Wir schauen uns aber erstmal die Displays an. In der Größe bei dem 8 Pro 6,53 Zoll IPS-Display gegen 6,67 Zoll. Bei dem 9 Pro auch ein IPS-Display. Also es ist ein gutes Stück gewachsen. Beide haben eine Full HD Plus Auflösung. Das Redmi Note 8 Pro hat ein 19,5 zu 9 Format und das 9 Pro hat 20 zu 9 Format. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Das Gerät ist halt etwas länger gezogen und deswegen etwas schmaler gehalten. Beide werden geschützt von Gorilla Class 5. Das 8 Pro hat 395 ppi und das 9 Pro 439 ppi. Ihr seht ganz markant hier oben den Unterschied von der Frontkamera. Wir haben hier einmal eine Notch und hier eine Punch Hole, wo eine Frontkamera versteckt ist. Und da muss man sagen, hat das 8 Pro sogar zumindest in den Megapixel. Die Nase vorn, da haben wir 20 Megapixel und bei dem 9 Pro haben wir 16 Megapixel Frontkamera. Ich blende euch auch ein paar Beispielfotos ein, die ich im Laufe der Zeit des Tests gemacht habe und dann könnt ihr auch ein wenig vergleichen. Von der Hardware-Power her ist bei dem 8 Pro der Mediatek Helio G90T verbaut. Es ist ein Octa-Core mit maximal 2,05 GHz und bei dem 9 Pro haben wir ein Qualcomm Snapdragon. Da hat Redmi den Hersteller des Chipsets getauscht. Es ist auch ein Octa-Core der 720G mit maximal 2,3 GHz. Unterstützt wird das 9 Pro von der Adreno 618 Grafikeinheit und bei dem 8 Pro haben wir eine Mali G76. Beide Geräte haben 6 GB und beide Geräte hier vor mir liegen haben 64 GB interner Speicher. Es gibt aber auch von beiden Versionen einen 128 GB internen Speicher. Ja, die SIM-Karten-Slots sind auch unterschiedlich. Wir haben hier einen Hybrid-SIM-Karten-Slot bei dem 8 Pro, also könnt ihr hier entweder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte verbauen. Bei dem 9 Pro gibt es eine Verbesserung in der Hinsicht. Da können wir zwei SIM-Karten plus eine Micro-SD-Karte verbauen. Bei der Größe, wie gesagt, seht ihr schon leichte Unterschiede. In der Höhe hat das 8 Pro 161,4, wo das 9 Pro mit 165,7 aufweist. Es ist 76 mm breit, das 9 Pro, wobei das 8 Pro 76,4 mm breit ist. Und 8,8 mm sind sie beide dünn. Also ihr habt da keinen Unterschied und ich finde sogar, dass 9 Pro hat ein wenig mehr den Kamerahubbel rausstehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es erkennen könnt. Also da jetzt so ein bisschen, da schaut mir doch, dass der Kamerahubbel fast ein Millimeter oder ein Millimeter raus. Und bei dem 8 Pro haben wir hier noch ein bisschen weniger. Ich denke mal so 0,7 Millimeter. Ja und wenn wir gerade bei der Power sind, da gibt es nach meiner Meinung doch eine kleine Überraschung. Wir haben nämlich bei dem 8 Pro im Antutu Benchmark 283.161 Punkte und das 9 Pro hat in Anführungszeichen nur 278.122 Punkte. Also das 9 Pro hat sogar ein bisschen weniger Punktzahl und ich muss sagen, der MediaTek Helio G90T, auch wenn er viel Kritik einstecken musste, finde ich persönlich auch einen super Chipsatz. Da kann man gar nichts dagegen sagen. Es ist wirklich so, der hat eine Menge Power, natürlich ein bisschen mehr Energieverbrauch, aber dazu kommen wir gleich. Aber was bringen uns Zahlen, wenn wir hier auch den Live-Test machen können? Wir starten ein paar Apps und schauen mal, wie schnell sie starten, wie schnell sie scrollen. Dabei schauen wir doch mal, ob irgendwas noch im Hintergrund läuft. Ihr seht nichts im Hintergrund. Und dann fangen wir doch an mit Instagram. Und da war ganz deutlich, dass 9 Pro schneller. Dann schauen wir Twitter. Da seht ihr, sie drehen beide im Display um. Da war auch das 9 Pro schneller. Und dann bleibt noch YouTube. Und hier habt ihr gesehen, war das 8 Pro, hatte da die Nase vorne. Ja, also ich muss sagen, ihr, wenn ihr die Geräte nicht nebeneinander liegen habt, sind die Geräte gleich schnell. Also da kann man gar nicht anders sagen, da jetzt zu sagen, die paar Millisekunden da oder die paar Millisekunden da. Also da haben die beiden doch keinen Unterschied vorzuweisen. Jetzt gehen wir doch mal auf die Rückseite. Und wenn wir dann beim Rumdrehen sind und wir haben ja die zwei Geräte mal in der Hand. Das 8 Pro wiegt 200 Gramm und das 9 Pro wiegt 209 Gramm. Also da habt ihr auch wenig Unterschiede. Ich merke es eigentlich so gar nicht. Schauen wir mal, ob bei der Kamera doch mehr Unterschiede gibt. Da bin ich doch wirklich selbst mal so ein bisschen gespannt gewesen. Aber ich muss euch leider enttäuschen. Auch hier gibt es nicht viele Unterschiede. Ihr habt als Hauptsensor immer noch den 64 Megapixel Samsung Gb1 Sensor. Also im 8 Pro wie auch im 9 Pro. Da hat sich nichts getan. Des Weiteren ein 8 Megapixel Weitwinkel Sensor, auch bei beiden Geräten. Ein 2 Megapixel Tiefen Sensor, auch bei beiden Geräten. Und hier gibt es jetzt einen kleinen Unterschied. Im 9 Pro gibt es eine 5 Megapixel Makro Sensor. Und im 8 Pro hatten wir oder haben wir ein 2 Megapixel Makro Sensor. Also beim Makro Sensor einen Unterschied zu machen. Ja, er war nicht super, der 2 Megapixel Sensor. Das kann man schon so sagen. Aber ich bin sowieso nicht so der Makro Fotograf. Und ob jetzt 2 oder 5 beim Makro Sensor der Unterschied ist. Naja, also dann hätten sie lieber die Weitwinkelkamera verbessern können. Statt 8, 16 Megapixel zum Beispiel. Also da gibt es wirklich kaum Unterschiede. Wie sonst, sage ich mal, bisher bei den Geräten auch. Aber die feinen und kleinen Unterschiede kommen noch. Das kann ich schon mal vorab sagen. Ja, des Weiteren haben wir Bluetooth 5.0 bei beiden. Wir haben beide NFC. Wir haben bei beiden WLAN AC. Und jetzt kommt schon mal ein kleiner Unterschied. Zumindest bei meinem Gerät, bei dem Note 8 Pro, ist noch kein offizielles Update auf Android 10 verfügbar. MIUI 11, ja, aber mit Android 9 als Basis. Das 9 Pro hat dann schon Android 10 und auch natürlich MIUI 11. Garantiert auf MIUI 12 bei dem 9 Pro auf jeden Fall. Ich vermute mal bei dem 8 Pro dann auch, aber erst später. Und jetzt kommt der größte Unterschied. Der verbaute Akku ist beim 8 Pro 4500 mAh stark und bei dem 9 Pro 5020 mAh. Ja, und da muss ich sagen, da ist dann wieder die Kritik an dem MediaTek Prozessor leicht gerechtfertigt. Sage ich mal, er hat einen höheren Energieverbrauch. Ich komme mit dem 8 Pro, ja, so einen Tag, vielleicht noch ein bisschen was in den zweiten Tag hinein. Und bei dem 9 Pro habe ich wirklich Akkulaufzeiten von bis zu zwei Tagen und etwas länger. Also quasi einen Tag mehr komme ich mit dem 9 Pro mit der Zeit hin, mit dem Akku. Ja, des Weiteren haben wir natürlich, ihr habt es bestimmt schon gemerkt, einen Unterschied bei dem Fingerabdrucksensor. Wir haben hier den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite und das 9 Pro, da ist er auf die Seite in den Powerbutton gewandert. Genaueres und auch zu den Geschwindigkeiten seht ihr natürlich auch in den anderen Videos zu den Geräten. Ich verlinke euch die Videos mal unten in der Videobeschreibung oder hier oben im i. Wie gesagt, der Fingerabdrucksensor, sie sind beide schnell, sie sind beide auch zuverlässig. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Sie haben auch beide Geräte, was viele interessiert hat, eine Benachrichtigungs-LED. Da sind viele auch sehr, ja, ich will nicht sagen scharf drauf, aber es haben viele nachgefragt, ob das 9 Pro auch eine Benachrichtigungs-LED hat. Und jeweils hier oben rechts oben über der Frontkamera ist eine kleine dezente Benachrichtigungs-LED, aber leider nur in weiß. Also keine anderen Farben. Leider, leider, das ist schade, weil man kann natürlich so für WhatsApp die Farbe, für Twitter die Farbe, dann weiß man schon, was gekommen ist. Das ist aber hier, wie gesagt, nur eine Weise. Dann haben wir, wenn wir nochmal zum Akku zurückkommen, auch in der Ladetechnik doch ein Unterschied und das ist zumindestens auch was. Wir haben hier Quick Charge 4 Plus mit 18 Watt bei dem 8 Pro und bei dem 9 Pro haben wir Fast Charge mit 30 Watt ist das Gerät zu laden. Und da merkt ihr ja schon, den Unterschied ist natürlich schneller geladen, das 9 Pro als das 8 Pro, auch wenn das 9 Pro einen größeren Akku hat. Ja, ihr merkt, es sind gar nicht so viele Unterschiede. Die Geräte kosten auch, da gibt es doch einen Unterschied, das 8 Pro Stand Juli 2020 kostet bei Amazon 209 Euro, das 9 Pro kostet bei Amazon 269 Euro. Verlinke ich euch natürlich auch gerne unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem gut ausgestatteten Gerät seid und da bei den Redmi Notes vielleicht eines von den beiden Geräten für euch dabei ist. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, also wenn ich jetzt zu meinem kleinen Fazit komme, die Hardwaregeschwindigkeit ist ähnlich, die Kameraausstattung ist ähnlich, sonstiges ist wie Konnektivität und also Bluetooth, WLAN, NFC ist ähnlich, gut, Android 9, Android 10. Ich weiß, für das 8 Pro kann man auch NFC nachinstallieren per Hand. Wir haben hier einen größeren Akku, aber ob das dann die kleinen Unterschiede den Aufpreis von 60 Euro rechtfertigen? Ich würde es so sagen, beim Neukauf das 9 Pro würde ich empfehlen, wenn ihr das 8 Pro schon im Besitz habt und überlegt, ob ihr upgradet zu dem 9 Pro, davon würde ich euch abraten. Ja, das war jetzt so ein bisschen mein kurzer und kleiner Vergleich der Redmi Note 8 und Note 9 Serie in der Pro-Version. Ja und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen und einen Kommentar da und wenn ihr keine weiteren Videos mehr auf meinem Kanal verpassen wollt, dann abonniert gerne und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!